yo willkommen zurück zu der forest willkommen zurück zu einem neuen abenteuer hoffentlich und zu viel viel action in der heutigen folge wobei da würde ich keine garantie darauf geben erstmal hängen wir das ganze fleisch etwas vorher gefunden habe so das ist ja der nicht menschen hänge hänge ja genau so es gut ist das wirklich gut sagt sagt also nur eins gut zu machen jetzt mal aber ein stock wir sammeln einfach neue stöcke und sammeln neue stöcke weil ich will es da nicht mehr so ihr wisst was ich die stöcke brauchen wir auch für die pfeile heißt gut so wie viel haben wir jetzt weiß nicht kann keine most x alles klar die sagt hoch zack und zack ok 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 gut war dort war da ganz kurz ganz kurz ok ich dachte ich kann damit auch noch was kaputt machen so jetzt gehen wir kurz in sicherheit und dann machen wir das da drin alles ich habe keinen bock jetzt irgendwas zu riskieren so oh man so zack 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 hey warum haben wir nur so wenige was soll das ich habe mir nur elf fädeln gehabt weil dann wird es Zeit ein paar möwen zu vergewaltigen also ich benutze zwar immer das wort vergewaltigen aber eigentlich meine ich meine ich ermorden alles das ist besser das ist besser ja auf jeden fall eigentlich ist ja vergewaltigen besser als ermorden zumindest laut gesetz das ist das ansonsten lässt sich darüber streiten gebe ich gerne zu schade dass die nicht irgendwie einen bug haben wo die nach jedem ich denke es ist Zeit spinn die wheel of mythicality so warte hä 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 okay hä ich verstehe das nicht wie mache ich denn damage was bringt das damage arrow ist das jetzt ein damage arrow ah das ist ein damage arrow ah wow hä die animation sieht ein bisschen beschissen aus aber egal ja mach mal ell weg jetzt ziel okay ich sehe halt die Kimme nicht ich habe keine Ahnung wo ich hinschießen muss oh oh das war wohl das war wohl knapp ne ja hey du hey du bleib stehen ne hey ich habe dich doch getroffen du faggot war noch einer ja jetzt halt dein Maul alter lol ihr Lappen was es staut sich der Hass wir sind für die das Ausländer Pack und sie hauen uns in den Knast Hilfe oh boom so heute gibt es geschnitzeltes der lebt hey schöne Bräune man hey hey was ist denn los mit dir man guck mal wie der eskaliert nur weil ich gesagt habe dass du eine schöne Bräune ich bin kein Rassist ich habe das nicht so gemeint also bitte guck mal der Freund hat sich schön hingelegt der will noch brauner werden dem helfen wir auch gleich dabei aber wir machen es so dass wir dem erstmal die Gliedmaße abhacken weil je weniger Gliedmaßen du hast desto besser bräunst du dich also Studien haben das erwiesen und deswegen machen wir das am besten auch in deinem eigenen Blut Sonnen das gilt jetzt auch für dich lieber Zuschauer in deinem eigenen Blut also am besten schlägst du dir irgendwie die Nase kaputt und dann lässt du dein Blut die ganze Zeit runter fließen aber lieber nicht zu viel weil du willst ja noch was für später nächstes Mal so wir müssen zwei neue Teile dahin bauen die machen wir gleich achso warte machen wir noch die neue Technik die Metzgerei muss die Technik so so geht doch kommt Jungs kommt ein Bein mein Bein dein Bein und sein Bein so ein Arm mein Arm und dein Arm achso und sein Arm habe ich glaube ich vergessen so ein Kopf mein Kopf und dein Kopf das war das war eine schwierige Boot wo viel hier einfach hängt hier ist einfach kein Platz doch hier ist immer Platz so so ist halt echt immer Platz so nicht mehr nicht mehr viel nur noch fünf Stück fünf Teile der Kopf ist das der Kopf ne ich dachte ich dachte gerade echt das ist aber der Kopf ja gut gut dass er einfach immer weiter rollt das ist ein Perpetuum Mobili so hallo dankeschön das ist echt cool dass wir so viel hier aufhängen können ich glaube wir müssen ein neues bauen kein Bock man die Frage ist halt wo hier wahrscheinlich drying rack hier so nehmen wir hier einfach mal alle Stücke weg ach perfekt äh achso so und dich auch noch und dann passt es na schön so wir kurz neue Stücke hey ich brauch dein Fleisch danke das hängen wir natürlich hier auf generic meat hallo so das können wir doch lassen jetzt ein paar Stöcke sammeln und ein paar Möwen killen aber ich weiß nicht wie wir die Möwen killen sollen weil die die ganze Zeit rumfliegen wie so fair geht's wie normale Vögel halt nö nö so okay dann füllen wir den Scheiß kurz nochmal auf diesen Stack Stickholder hungry? hä? haben wir nicht gerade eben erst gegessen? okay kurz auffüllen so dann können wir was essen von unserem geilen Menschen Menschen Wreck hier zu machen ach so warte warte lass mich die Medizin da mal platzieren das ist sehr wichtig hallo eins müssen äh ne scheiß drauf ich vertraue jetzt unserem Skill ach die Wanderung des Schildkröp ne okay hä? haben die kein Fleisch? doch zwei Stück hab ich ach so hier was ist das denn Alter das ist der Kopf den hängen wir einfach direkt wieder hier auf weil der andere ist ja unter dem hä? irgendwas irgendwas stimmt hier nicht ach guck jetzt sieht's geil aus jetzt haben wir Hase Möwe Lizard Ding und Shark passt so warte was wollte ich machen ach so das Fleisch aufhängen so komm häng ihn auf hallo häng ihn doch einfach auf man und dich auch so und dich auch so ich würde die gerne zu Dingern verarbeiten aber hallo bist du behindert es geht einfach nicht ich hab das Teil gebaut aber der will nicht sowas wollten wir jetzt noch mal ach so Möwe stimmt ah und stärke sammeln so und alkohol brauchen wir auch und blizzard skins auch gut six haben wir jetzt genug ist halt die Frage wie kriegen wir eine Möwe gekillt wir sehen halt nicht mal Möwe da oder hast du was gesagt ach wir wollten ja noch auf die Insel da drüben da sind diese Shark Köpfe das brauchen wir nicht oh das brauchen wir aber ach das müssen wir auch mal benutzen diesen Tree Zap Kollektor das könnten wir benutzen wenn wir nicht die ganzen Bäume in unserer Umgebung abvergewaltigen würden abvergewaltigen das ist ein neues Wort das ist halt der Prozess des Vergewaltigens in es gibt Frösche in diesem Spiel in einem in einer Schlange also in einem Betrieb Vergewaltigungsbetrieb es gibt ja den Prozess der Fertigung und wenn man etwas fertig dann sagt man ja auch fertigen es gibt Fische das habe ich voll vergessen das habe ich wirklich voll vergessen jetzt muss ich noch den Frosch sehen dann ist Party jetzt kommt Frosch wo bist du wahrscheinlich gibt es hier nur das Geräusch vom Frosch aber es gibt keinen Frosch Warte mal lass mich mal ganz kurz den Speer da Hä was ist das denn das ist ein Fackel das wollte ich gar nicht ich will den Dinger machen hä ne ne eine Ex nice hier haben wir einen Spare ah wie kann man den nochmal verbessern wir brauchen Knochen dafür haben wir nur einen Knochen so egal scheiß auf den Frosch wir laufen einfach mal in die Richtung weil wir hier noch nie waren halt auch wir waren hier schon ich dachte gerade wir wären jetzt komplett woanders wir sind halt einfach nur um die Ecke gelaufen an den Ort wo wir schon 20 mal waren das ist auch immer so geil die haben halt unter dem Stein haben die gechillt am Strand mach ich auch manchmal so halt um sich vom Schatten zu schützen macht ja sinnlos andere Menschen zelten unter Bäumen also chillen unter Bäumen am Strand oder unter diesen Schirmen Sonnenschirmen aber die machen es halt unter Stein Cash ich frage mich wofür dieses also das Geld das wirkliche Geld nicht die Münzen sondern das echte andere Geld ist verpiss dich hey das hatten wir doch schon hey wir waren hier doch schon als ob wir das nicht eingesammelt haben was ist das denn was ist das denn ja genau boah krank der Baum ist richtig geil wie groß der war wahrscheinlich so einer von diesen riesen Bäumen da hinten den gibt es ja auch bei unserem Haus irgendwo war hier nicht irgendwann mal eine Höhle oder so ja nee 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 äh huah 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 da ist wieder so ein Baum ich will halt diese coole Axt finden aber ich glaube die gibt es nur in der Höhle oder so I don't know sieht geil aus sieht wirklich geil aus ist eigentlich diese Axt besser als die die wir haben aber die Speed boah aber kann man damit besser die Bäume abhacken oh das wäre geil das wäre wirklich geil du musst damit halt jeden Schlag treffen und alle anderen also die Schläge von den Gegnern musst du deutschen die ganze Zeit ich glaube das wird schwer wobei was ist das denn ach so pff pff ich bin müde bist du auch müde echt so musst du auch schlafen also nackt natürlich aber ich schlafe nicht mit Klamotten weil Klamotten sind scheiße man die sind wirklich scheiße ich mag Klamotten nicht ich mag dich nicht ich mag deine Mutter nicht what the fuck was ist das denn was ist das denn für ein Ort der ist schon so richtig abgelegen das ist cool da könnte man halt echt was geiles hinbauen aber man hätte halt das Problem dass man für jeden fucking Baumstamm 8 Kilometer auf dem Berg hochklettern müsste also jedes Mal auf dem Mount Everest so gesehen das ist viel zu unnötig aber ansonsten wäre das bestimmt ein safer spot für die wobei die gehen überall hin schon wieder ein Frisch wow wow du bist kein Frisch verdammt das ist wirklich scheiße ach warte mal eigentlich könnten wir hier what the fuck alter verpiss dich mit deinen Kacksteinen was war hier drin achso könnten wir hier eins von den Teilen ab zumachen ab zumachen schnell 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 man weil die können da nicht rein oder ja ich glaube das ist falsch um ehrlich zu sein ich mach das von hier es wird schon wieder dunkel wie schnell man hä das ist wieder so ist egal zwei Bäume oder so ja es ist machbar wenn wir schnell machen geht das schnell dann können wir hier übernachten wobei die spawnen wahrscheinlich immer hier ist eigentlich nicht so eine gute Idee aber egal alter Maulfrosch ich hasse dich schnell eine soda wir haben hier genug soda zack braun Energie kein Bock zu warten kein Bock zu riskieren mach jetzt schneller schneller komm schnell ich ja jetzt mach den Baum kaputt zehn Stück das geht man das geht zack schnell ne der Baum deine Mutter hey das kann doch nicht dein Ernst dein Mann hat der Baum gerade wirklich guck mal wie viel Schaden die haben alter so nisch es kann doch nicht sein mal ganz ehrlich der Baum ist 18 mal auf uns drauf halt der Maul halt aber der Maul okay kein Bock mehr auf deine hässige Kackfrisse ich sehe Licht ich sehe fucking Licht oh Mann ja hier sind Steine hier sind genug Steine ganz ehrlich hier schieb dir die Steine in den Arsch so jetzt baue ich da irgendwie eine Mauer oder so drüber und dann ist gut scheiß Trick boah wie viel Rüstung wir verloren haben Mann das sieht ja geil aus nicht wahr ja das finde ich nämlich auch ja egal so können wir es schon machen okay schnell wir haben nicht mehr viel Zeit gibt es hier noch irgendwo Baumstämme Alter dein Ernst komm her jetzt was ist das denn ich sehe nichts ich würde aber gerne was sehen ne mein Freund ich würde zwar gerne was sehen aber nicht sowas nicht sowas verdammte Scheiße verdammte Scheiße hey ja wenn ich das hier wegschieben warte warte ganz kurz komm her hey du ja komm schon jetzt hier ich würde hier so gerne einfach abschließen es geht nicht ich dachte gerade du Motherfucker vielleicht gruselig muss irgendwas essen aber wir haben hier genug Fleisch Alter wo zum Glück sind wir nicht da reingelaufen sonst hätten wir komplett verkackt wir haben schon komplett verkackt man hört es schon an das war ein Fehlern ja sonst wie geht es dir so warum alter okay okay irgendwie müssen wir die hierher locken oder wir nehmen 11 vor kill wo ist 11 vor kill hier ach ach das upgrade ist sick ist egal so hey hier na hey du hehehe hehehe witte 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 na? noch gefällst dir? hehehe hehehe huch hehehe oh shit oh dann jetzt müssen wir das nochmal machen einmal aber das geht gar nicht zack zack blue upgraded warte doch ganz kurz man, chill dein Leben ne? wir sind doch Freunde ein bisschen Geduld ein bisschen Spaß muss sein lalalalalala da tanzt er, da tanzt er, der Udo ne? kleiner Udo da dodgst du da dodgst du, aber dann brennst du mein Freund willst du brennen? willst du brennen? ja, ich geh kurz wieder rein alter, sterb doch einfach mal so, jetzt benutzen wir mal diese Axt, okay? wir zünden warte so so, kleiner Udo so na na gefällt's dir? guck mal wie schön er tanzt das hat er in der Schule auch so gemacht seine Lehrerin hat ihn gefeiert den kleinen Udo alter, bleib mal stehen alter hey man schlägt seine Eltern nicht hey, hallo bist du eigentlich komplett behindert äh 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 alter der das ist eine Kack-Axt, Mann Kack-Axt nimm den zünden an ja scho ist es dein fucking ernst? hab ich grad nicht getroffen? hab ich grad nicht getroffen? ich brauch ein Fenster ich brauch ein fucking Fenster ich sehe nichts ich sehe einfach gar nichts ha fuck ein Knochen geil geil das machen wir jetzt müssen irgendwie abhauen, Mann aber wie? wie? wie können wir hier weg? und wieso sterben diese Leute nicht? achso, weil es regnet das macht Sinn das macht wirklich Sinn ach wir haben Besuch das seht ihr seht ihr unsere kleinen Freunde Gertrud Sieglinde ok alter wir haben Verrecken shit alter alter wir sind umzingelt jetzt komm hierher, Mann rum wir müssen uns kämpfen durch die Wand durch die Wand kannst du nicht schlagen aber ich das ist meine special ability, ja was? 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 so, es reicht jetzt habt ihr zu viel bleib doch stehen bleib doch stehen ach ach das hast du schön gemacht hä? hä? man hat gar keine Pfeile mehr ja, den nehm ich gleich hier rein das ist jetzt mein mein Mitbewohner äh 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 kleinen Fick fressen äh es gibt heute Menschenfleisch wollt ihr auch was? es gibt eure Kollegen ha 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 so wir legen das dahin damit wir die Knochen bekommen dann machen wir einen besseren Speer. So, komm her. Ich bin hier. Tse. Bist du kein Ei, ha? Kein Ei, du Mistgebot. Warte, warte. Warte, warte, warte. Zwei Stöcke, ja, das passt. Hier einmal. Und natürlich haben wir noch eins. Und zwar. So. Na, meine kleinen Freunde. Die auch anzünden. So. Jetzt könnt ihr mich besuchen. Ne, ich bin nicht es. Hi. Na. Na, hier bin ich. Na, wo bin ich? Hier bin ich. Wollt ihr nicht näher kommen? Kommt, setzt euch ans Lagerfeuer. Ach. Ach, das tut mir aber, das tut mir aber leid. Das tut mir so leid, dass ich dir eine klatsche. Komm, komm her. Ey, komm, versuch's nochmal mal. Ich hab gehört, alle guten Dinge sind drei. Also, ich hab noch zwei Versuche, okay? Diese Kackkiste, Mann. So, da sind die zwei Knochen. Die können wir nehmen. Machen wir unseren Speer erstmal ein bisschen. Zack, zack. Und das. So. So, dann hacken wir kurz euren Freund nochmal ein bisschen in Kleinteile. Oh, zwei Schläge und dann ist es weg. Noch der Kopf. Bei dem Kopf brauche ich nicht. Guck mal, wie viele hier sind. Das ist schön. Ein Spektakel. Ein Schauspiel. Ein Wunder der Natur. Nee, die lege ich da noch nicht hin. Erstmal ist sie. Komm, doch her. Wir werden hier niemals lebend rauskommen. Niemals. Ich gebe euch die Garantie direkt dafür. Außer wir benutzen das. Oh shit, das habe ich voll vergessen. Äh. Achso, ich muss das leiten. Das habe ich nicht gesehen. Es regnet halt die ganze Zeit, Mann. Das ist halt übelst beschissen. Hätte ich noch ein paar Stöcke, könnte ich mir jetzt einen Schildkrötenpanzer hier hinstellen. Ich habe keine Stöcke mehr. Ich habe die für die Lagerfeuer hier verschwendet. Hey. Hey du. Hey du. Hey du. Wieso kann ich das... Alter, kommt doch einfach hierher. Und es soll aufhören zu regnen. Was macht der? Hat der gerade geschissen? Hat der gerade... Hat der nicht? Nee. So. Hey. Hier ist euer Freund. Sorry. Sorry. So. Könnt ihr den essen? Wollt ihr euer Freund? Scheiß, ich sollte den Freund hier hinlegen, Mann. So, warte, warte. Ich lege den hier hin. So. So. Alter, wie viele. Why? Mann. Ich will Leben haben. Ich habe aber kein Leben. Wir nehmen jetzt das hier. Unser Haus ist da hinten, okay? Ich weiß nicht. Wir nehmen das. Leiten das. Wenn du was. Leiten das. Leiten das. Und leiten das hier. Und das hier auch. Ah, fuck, Mann. Das hat er sich ab eins getroffen, Mann. Warum beschisse dich einfach hin? Aber das wisst ihr. Das wisst ihr ja zum Glück. Zum Glück ist das Haus nicht so weit weg. Egal, wir haben da jetzt eine Hood. Das hat sich wohl gelohnt. Scheiße. Ja, wir sind echt gekommen. Obwohl da so 87... Oh, nein. Die werden jetzt kommen. Die werden uns zu Hause... Besuchen, komm. Shit. Ciao. Fuck. Die sind jetzt überall. Nice. Echt. Sehr nice. Ich hab, glaub ich, die Spawnrate... ...hart angeregt, so. Haben jetzt alle Kinder gemacht. Die sieht schon nice aus, aber... ... es bringt halt nichts. Es bringt halt nichts, dass sie nice aussieht. Es bringt halt gar nichts. Es bringt halt nichts. Es war ein Fehler. Ich habe es gemacht. Ich habe es dann, als ich war, als ich war, war. Ich war... ... ich weiß, vielleicht 20 Minuten jünger als jetzt. Ich habe es gegründet. Ich habe es nur gegründet. Ich habe es nur gedacht, dass ich das gemacht habe. because I put myself out there in a very, very high risk of dying and I don't want to die not now, maybe I want to die in 100 years or 120 but not now I don't want to die now I love my life even though it's shit I love it I love it like like a mother loves his dog her dog not like loving your own child but it's like loving your your cousin's child yeah that's how I love my life so very, very, very much I don't want to do this I don't want to fight but they force me to they just force me to fight and kill and eat them I don't want to eat them but they want me to be to eat them they want to be eaten by me you know it is how it is I can change it I can just adapt to the situation I can just eat and live in shit without feeling the need to ask myself why because if if I ask myself why I will stop eating them you know I don't want to eat I don't want to stop eating them because they're so tasty so rich and it's just a new source of protein and it's cool and I love it I love it really I really love it Boah Ah wir haben keine oh shit zum Glück ist mir das noch eingefallen wir haben für die zwei Bastarde keine Dinger gebaut so die kriegen noch eins und den tue ich einfach hier zwischen rein so Stöcke und Steine sammle ich gleich warte so ich frage mich wie das irgendwann am Ende der Season dann aussieht okay Steine haben wir jetzt alle ist wieder komplett voll aber ne nein 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 Stöcke ich brauche Stöcke so danke äh okay Dankeschön so und dich auch da und dich auch zack 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 okay das lassen wir boah ich warte 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 ich bin ein Freund ich bin auch ein Reh es ist hoffentlich das Geräusch was Rehe machen warte warte war ja klar hätte ich jetzt Pfeile hätte ich das auf das Reh geschossen habe ich Pfeile ne was brauche ich für Pfeile Möwen habe ich Möwen ne geht es voll glaube ich so das ist gut das wird das wird irgendwann so richtig voll werden einfach ich weiß es das wird einfach alles voll mit die Reihen werden wahrscheinlich bis bis nach da hinten reichen auf die andere Seite ich glaube ich mache es wirklich so dass wenn es hier voll wird also dass wenn es bis sagen wir bis hier hin kommt so dann mache ich hier zu und baue dann da hinten weiter ah lass mal die ganzen Waffen ablegen was kommt hier drauf okay so nicht den den Scheiß so dann diesen Upgraded Stick okay und den Speer behalten wir mal fürs erste achso das können wir auch noch ablegen ah wir müssen noch eins bauen weil wir da hinten ja noch einen gekillt haben wir haben mehrere gekillt shit ich weiß aber nicht wie viele naja die zählen wir nicht die zählen wir nicht okay zählen nur die die wir hier gekillt haben oder ich habe halt echt nicht mit gezählt hm ja wofür brauche ich zwei Locks also hat sich erledigt ja gut dann war es ich glaube diese Folge war wieder richtig richtig lang ähm und ich bedanke mich fürs Zuschauen zumindest kam es mir richtig lang vor und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ja ciao